Jo, hi, ich bin unterwegs und hier haben wir was gefunden, ohne Metalldetektor, ich hatte ihn aber gerade in der Hand. Und ja, da buddeln wir mal und gucken was es ist. So, eine Pfeilspitze, gesplitterte Pfeilspitze, habe ich leider schon ein paar mal, leider gut, lohnt ja trotzdem immer an. Falsch ausgedrückt. So, dann zeige ich euch, vielleicht habt ihr das schon erkannt, hier, mal Pity Indian Reservation, hier, ein bisschen hochgekrabbelt, Amberino, ja, hier ist auch eine Schnellreise, ihr könnt dazu gar hin, direkt. Und ja, hier, hier stehe ich und da findet ihr mit Dead Eye ja eh ganz schnell eine Pfeilspitze. Bis dann, ciao.